ja weil ich nicht komplexe er hätte ich dachte die so ein Team und so ja dann kann man tauschen ja nur weil die ganze Zeit so rumholen und Julian der hat echt ein Haus abgefackelt und was mit der Kiste Prozent ein erster Hauptsatz aber ein Juli an ich verkehlt das jetzt ab weil du weißt ja nicht genau ob er es dann war oder ich du hast doch gerade gesagt, dass du Exos nicht war ja, aber es kann ja sein ich gelogen habe ich bin intelligenter als ihr alle drei zusammen ja, ich weiß es auch ja genau Lennart ja genau Lennart nein, ich weiß es auch Exos wieder da, hallo Exos, ja hallo Exos ja, fein oh guck mal wie der mit dem Schwanz wäre oh jetzt ist er weg jetzt ist er beleidigt nein, kein Steak wegwerfen aber es ist voll komisch, wenn ich so mit dem Puls hinterher mein iPod G und er gerade aufgeladen wird, dann ist es quasi so elektrisch das ist vollkommen nicht schickst du das oder ist er ja, ja, Klufi, Bakki Brote Brot von lieber und ich glaube das nicht dann Brote lapis oder geisen das Lichter 1 08 lapis oder 6 Brote okay, ich bin endlich wieder stabiler FBS und kein Gelex, ja, du liebst das, ja, ich weiß nicht ich liebe aber nicht dich, Lennart das ist aber jemand, der ist bei sich wieder vertragen, wenn das in den nächsten Verbefurt, ja, es ist eben extra, du hast eine Puppe im Kleiderschrank ich weiß was meine Puppe solche Soldaten im 2. Weltkrieg immer 6 Puppen dabei hatten, weil die alle Aids hatten und von den Nutten, die die gefüllt haben und ähm die haben kein Aids, die haben einfach keine Nutten bezahlt bekommen weiß ich wie viele Soldaten es nein, die haben Leute vergewaltigt ach so und deswegen haben sich von den Leuten Aids ja und ich muss jetzt kurz essen mhm, guten Hunger 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 Lerd denkt immer an beim Essen und sowas jup jup oh, alter, die Pizza so weich und so rund und so rund und daran denkt Lerd auch immer jup, ich weiß nicht was an rund geiles aber naja ja, keine Ahnung, Lerd den trotzdem dran jedem das, was er gerne mag auf jeden Fall weißt du was oh ne, weißt du was oh, da drüben ist noch ein Minecraft-Kistchen dum dum ein Minecraft-Kistchen Minecraft-Kistchen und da waren Brote drin und Kohle gell man Brote und Kohle und zwei Skelett-Spawn-Eier gell man da waren Skelett-Spawn-Eier drin, man Skelett-Spawn-Eier ja ich 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 glaube ich ja ein Skelett-Spawner ich höre ganz viel Skelette guck mal ob du auch ein Skelett-Spawn-Eier findest und lol wenn ich nachher die ist, muss ich ja noch was dafür wegschmeißen obwohl, ne komm, das ist halt nie lol hier ist ja so ein Loch Smaragd du hast Smaragde gefunden? jo alter dagegen vier Steinbecken sind Smaragd oder? hier ist ein Spinn-Spawner, aber der wird schon das geilste ist, ich hab den Smaragd eher Smaragd leu das kann ich noch verdoppeln oder so Smaragde geben richtig viele Experten geil und so ein Anni zumindest super mit viel weiter leulich ich bin hier nicht hier leulich bin im Sumpfgebiet und das war auch in unserem Sumpfgebiet in diesem Vollfuss-Spawner komm Schleim Schleimballe gegen Federfall 3 Leute, neulich die Volltreibchen und Schuhe auf jeden Fall fliegt Entschuldigung und jetzt brennig wieder wegen die kein Sacklen ja wenn man den Skelettsborner zerstört, dann wird das ganz kurz ein Schweinesborner nur weil man lebt wahrscheinlich ja wahrscheinlich die ich hatte so Hoffnung Mann, ich will ein Band vier Schwert oder so nicht so Rückschluss zwei dass das noch immer spielt die Schwenk aber ich ich habe das was kostet ich habe 23 ich verzauere gleich in Bogen warum ich will erst mal ein gutes Schwertverzimmern ich habe ein gutes Schwertscheffel 3 verbrannt 2 nein ich meine ich war ein Schwertverzimmer hab ich auch noch nicht Leute zu mir mit Goldrüstung und richtig viele Monster und Fliegermäuse Fliegermäuse alter jetzt bist du tot jetzt bist du tot Mann Fliegermäuse sind richtig OP ja ich weiß die können Null Herzen Schaden pro Schlagabdinger Leute Kieper das Gelächter in Luft Null Herzen pro Schlag die machen die Null Herzen pro Schlag also dass du Null Herzen noch hast ja die können nicht mal schlagen aber wenn die einer schlagen Boah dann bist du instant der das er wäre geschlagen dann bist du instant der das habe ich ausguckt es es und dieses ist das Server nur auf 1 64 und das ist es hier und was ist denn der Unterschied ja auf meinem aber klären kann ich irgendwie keine Optifine Caps sehen A er ist scheißen mit der Optifankehren ich habe schon sechs und zwanzig in der Mine ohne Exos weg hier ist man wieder ein bisschen langkommodiert das Gold der Zeit der Supermarkt wird jemand und ich sehe und jetzt und meine Spitze nicht kaputt noch wenn ich nicht wie viel von mir schon in der Miene bin ich habe noch kein Tier gefunden man es geht auch gar nicht gibt doch gar nicht auch bei Roller auf die Lüge durch die Kühle man gibt so bei Roller jetzt alles zu holen mein Gott jemanden sucht alles zu holen oder oder Tor Ich muss ja Leid irgendwie ersetzen. Oh, ich hole den Trick. Hier lang, hier lang nichts. Hier lang, hier lang Eisen. Ein Zombie. Oh, er ist schlau. Ich bin so schlau. Oh, ja. Bis hier. Oh, ein bisschen. Mann, ey. So, so. Ich möchte ein bisschen, ich möchte dir aus. Und weil ich nicht umgekehrt wie ein Ticket zwei Golder Trick in dir eintopfen. Die an dir jetzt. Schöpfer. Du würdest noch nicht mehr so viel, wer sich anhören hätte. Sieben Dias. Sieben Dias. Äh, gegen. Äh, gegen. Äh, gegen. 2, 2, 3, 4, 5, 5, 5, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13. so abbaubt ich konnte die Kohle doch ich brauche hier die Spitze von der Art Kissi nur ein bisschen auch gut reparieren und auch hier ist keine gefunden es gibt auch gar nicht doch bei Roller um und welchen wird selbst immer lustig ich werde nicht gewohnt zieht weil sie in die Geschichte auch folgt hier aus dem Sohn die Schicht ist und dadurch Kumpel das war es mag Kanzel Klausen ganz ehrlich 1 2 sich immer zu ich habe so viel Kohle es kann dass er zwar dass wir es um den Glücksspitzen bauen das Recht der Kohle eindeutig sie ist sechs Kohle das ist auch was für die Ersicht was sind so viel eisen und alles die Stürmer noch keine so eine Reihe voller schweblich haben wir noch zuhause und zuhause noch genug wenn nicht naja wir haben ihn als wirklich braucht ohne scheiß man hier wird schon sieben 6 Kohl-Ohr ich habe noch keinen einzigen Dier gefunden wie sei es das eigentlich hatte letztlich zu haben es ist nicht nur deins hier habe ich mich aufgesetzt deswegen schon mal hast du irgendwann vor den Kanal mit Lennart zu teilen das zu Lennart die Account Daten gibt dann bin ich behindert das mach ich doch nicht wieso machst du das nicht weil er hat Lennart es aber du kannst ihm nur vertrauen was habe ich das gesagt ich finde man kann Lennart vertrauen ja geht schon ja er hat seinen eigenen Kanal ich glaube er möchte es helfen ich oh scheiße ich glaube ich habe meine Account Daten von XRP meinen sie vergessen auch man das jetzt auch ich habe jetzt bei vier Kanälen schon scheiße ich bin Lava gefallen nein bitte 24 komm schon komm schon komm schon du schaffst du schaffst das ja ich bin ich bin vier Herzen überlebt es hat sich schon so angehört als würdest du jetzt da reinschreiben was passiert wenn jetzt der Skelett den Schuhbau schießt die die Prozent 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 die Tülle jetzt noch kommen dann wird vor Ort die Hälfte ja irgendwie schon glaube ich ich werde auch bald kaputt, nein! Oh fuck! Wenn ich nach Hause komme, muss ich erst mal alles repairen. Schwert, Spitzsacke. Dann brauche ich auch wieder die, wenn ich den noch keinen zurückgebracht habe. Scheiße! Ich muss jetzt mal zurückkommen, mein Schwert ist bald kaputt, mein Spitzsacke auch! Mein Schwert ist bald kaputt, Mann! Wenn ich es jetzt kaputt mache, das wäre so ärgerlich. Ich bin schon gleich wieder 8 Stacks Kohle, Alter. 8 Stacks Kohle, oh! Jetzt kann man noch mal ein bisschen mit Glückspitz und so weiter, ne? Bitte komm, 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 komm! Na, gut, komm, 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 komm! Lein, jetzt ist nicht so ein Schuss jetzt ab! Hier bin ich schon 5 Mark jetzt, aber kein einziges Tiererz! Und hier wird jetzt schon 29 Level, aber noch kein einziges Tiererz gefunden! Das kann auch gar nicht wahr sein! Ich glaube, ich habe jetzt mal das jetzt aus Lennart zu lösen. Was wäre ich jetzt wieder für Kohle weg? Brötchen 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 oder ja kommen die 8 Brote gegen Stack Kolo wieder habe ich aber auch neun Stacks Kohle also dann sollte auch Schluss sein halt neun Stacks Kohle habe ich gleich das könnte dann irgendwie 27 Stacks Kohle sein oh geil ich hab mein Passwort wieder also wieder da rausgefunden Leuchten Babyzombie Leuchten Babyzombie voll Eisen und Hose und Helm sind Enchanted wie geil ist das denn ja der letzten Fall hier voll Ketten Zombie mit Enchanted Sachen und Eisenschmerzen sah so mini das ist so mini süß aus also mit so mit mini Schreckung so jetzt noch ins Maragd ich wollte von hier noch sein 6 Mark der Zeit und kein dir Loll du hast Smaragd-Erz? ja 6 geil Alter ich finde keinen Smaragd-Erz welche Nummer also welche also welche ID sind Smaragd-Erz? also ID äh 129 warum X-Ray add und 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 ich so auch Ah nice Leute ne Gibt es überhaupt so bei X-Ray? ne 129 ist das aber nicht ich seh noch keines Maragd-Erz sicher dass es 129 ist? du bist so ein Idiot alter wieso ob das bei X-Ray äh X-Ray add heißt das heißt so das heißt so da bin ich mir ganz 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 sicher so 129 was hab ich denn da jetzt geaddelt eigentlich? Smaragd-Erz ey du hattest sogar recht natürlich halt ich hab nur kurz nachgeguckt X-Ray add 129 wo bist du gerade bei welchen Koordinaten? warum? ich werd gucken ob ich das mit X-Ray sehen kann so da bin ich wieder Hallo ich hab schon mal wieder das Stuhl unter meinem Kabel äh das Kabel unter meinem Stuhl so ich hab mal wieder das Stuhl unter meinem Kabel X-Ray 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 Pass ah gut sag mal nicht so lange nichts sonst denkt man du wärst AFK X-Ray X-Ray OALP oh ich hab Slime gefunden geil Töte den oh hab ich viel Slimebelle das ist früher trob ich den Slimebelle normalerweise trob ich meinen Pontar Julian eigentlich musst du immer Slimebelle da mitnehmen wenn du im Krieg getötet bist you ähh ich vergeuldens äh äh den Petarplatz für Slimebelle das heißt du findest deine um gefährten als Vergeudung ich finde ich kann in der Tat zu haben statt irgendwie jemanden ja warum sollte man Diamante in die Hölle zum Beispiel nehmen das habe ich gesagt nur wenn man damit stirbt der mit schon wieder voll viele von Lesble Minecraft oder ja eigentlich schon nicht so viel wie Teckel, weil Julia meinte, wir hätten 40 Folgen Teckel oder so ne, 38 ja fast tatsächlich keine Ahnung, 38 oder so oh, wer ein Gold gefunden oh, scheiß Skelett ich hab irgendwie fast bis Folge 60 oder so ne, bis Folge 50 hab ich und ich würd sagen 10 davon oder oder 2 oder nur 15 bis 20 davon sind mir alleine ich hab scharfe gefunden oh, zu laut war schön für dich find ich auch Julian Julian ja ich höre jetzt auf zu meinen, hier ist alles schon aus gemeint ja, ich geh in den Nistlöl, man wir haben noch fast gar keine Dias ihr braucht Dias ja ah ja, eine Frage extra, würdest du ein Finti-Buch gegen, äh, Neserwarzen tauschen? ja, ist echt so, ich würd dir, ich würd dir ganz viele Neser, alle Neserwarzen von meinem Feld geben gegen einen Finti-Buch nein, Buch das hast du das weiß ich ja, würd ich machen würdest du mit mir tauschen? dann kann ich das dann haben, ich krieg das dann bei der Art ich hab keinen Unendlichkeitsbogen nein, nein, ich krieg das Buch mal nicht von ihm weil du hast bisher alle Schatten Sachen von ihm bekommen, die wir getwählt haben das weiß ich was meine Idee, drittens ja, ich hab dir aber GD gegeben was hast du gegeben? äh, GA als dir geschenkt hab ich eigentlich nen Chat-Band? was hast du? Chat-Band, ich kann nicht mehr chatten ja, vielleicht wenn du den Chat ausgestellt hast? ne, ne, Chat-Nachricht konnte nicht gesendet werden äh, nein, das gibt's nicht bei manchmal oft doch, das gibt's aber nicht auf dem Server, dafür bräuchst du dieses Essential Plugin, glaub ich oh, Dias ähm Wollte sich ums ne Hölle? du haltest ne Hölle? schickst du das ne Razzle es mal mit dem Aborn, wo Dias na, exo, was würdest du da ihr nennen? Alter, noch mehr Dias Alter, direkt Dias, nimm'n da geil also exo, ich kriege jetzt Netter Warteln von mir, ne? Er war ich krieg das und für die Bogen, Lennart bitte ich brauch das ich brauch das auch Lennart, Julian, du verzauberst den Bogen auf Level 30, ich hab den Trait vorgeschlagen, Lennart Julian, du verzauberst den Bogen auf Level 30 und wenn er Unendlichkeit hat, dann gebe ich dir dafür das Unendlichkeitsbuch Hä? Das er gibt vor keinen Sinn, Lennart Das er gibt vor keinen Sinn, Lennart Alter, noch mehr, die erst drei Dias nebeneinander in einer Höhle Also drei Dias auch Sollte ich dir das Unendlichkeitsbuch geben, wenn ich schon nur den Finti-Bohr hab? Äh, warum soll ich jetzt ein Infinity-Bohrg, ein Unendlichkeitsbuch tauschen? Kriegt man auf Level, ab welchem Level kriegt man Infinity? Weiß ich nicht Aber eigentlich ist es nur fair, wenn ich den bekomme, Lennart Weil ich jetzt den Trait vorgeschlagen hab Wenn ich ihm einen Neter-Warzen geh, von meinem Neter-Warzen fällt Ja, aber du hast letztens schon, du hast schon zweimal mit ihm geträgt, mit Sachen aus dem Lager und du hast dafür Sachen, schadte Sachen bekommen Und dann würde ich, dass ich das jetzt nicht mal geben Ich hab dir aber die Goldenen Äpfel alle gegeben Ich hab dir sie, ich hab dir sechs Goldene Äpfel oder fünf gegeben Ja, aber du hast dich gegen Goldene Äpfel getradet Du hast gegen Fall entscheidend Sachen getradet Chef-Fünf-Bohrg und sowas Nein, Chef-Fünf-Bohrg und gegen einen Goldene Äpfel hab ich getradet Ja, aber Chef-Fünf-Bohrg und gegen einen Goldene Äpfel hab ich getradet Ja, aber Chef-Fünf-Bohrg und Chef-Fünf-Bohrg hast du auch bekommen Obwohl du das im Lager genommen hast Julian, wir sind doch die zusammen Ja, selbst wenn ich mich aber den Infinity-Bohrg haben Den kann man auch haben, wenn ich sterbe Warum denn du stirbst?